Hallo. Hallo, Albana. Was? Gut, nix. Willst du Fingern pro Mexiko, oder was? Ja, oh, digga. Soundboard aktiviert. Jetzt hab ich ganz kapiert. Warte, Montana Black, oder? Ja, safe. Wow, Montana Black, wow. Oh, sheesh, sheesh, digga. Oh, my God. Lass mich die luchen. Ich will die luchen, Montana Boss. Piss dich, du sohn. Ja, wo bist du? Geil. Wer ist du, digga? Fassi, das los enden, digga. Komm mal, die enden. Das ist mein Montana Black Soundboard. Das ist mein Montana Black Soundboard. Montana Black, komm mal, die enden. Ja, boh, gar mich. Hey, Montana Black, du Trainer. Fick dich, Montana Black. Piss dich, du sohn. Pikachu. Joa, im Fuß. Komm mal, die enden. Ding. Komm mal, die enden. Piss dich. Ja, ich will dich jetzt, die feste. Warum? Du bist die. Kannst du irgendwas anderes aussagen, Montana Black? Ich bin doch vergrößter Fan. Nee. Das ist gut. Jetzt tut noch nichts, je Montana Fake Black. Hä? Dann Black, ich bin dein beste Freund. ja hallo montana blick gegner montana wie ist ich die sohn konstring was anderes auch sagen er hat zu wenig sound Ich hab den Sound runtergeladen. Naja, ist so. Deine Mutter... Nein, schade. Schnell, nur den Sound runtergeladen, ganz schnell abspielen. Er hat mir den Vorno deiner Mutter runtergeladen. Stell dir vor, der ist nicht Fake. Ja, der ist Fake. Der hat nicht aufgeladen darfst. Sie fahren, dass sie ein Porn aus seiner Mutter sterben finden. Er ist sie... ...Ja, wenn sie sagen, dass sie ein Porn aus seiner Mutter sterben finden... ... oder, dass sie einen Porn aus seiner Mutter sterben... ... ...we sagen, dass er ein Porn aus seiner Mutter sterben ist... ...Naja, nix von der Math sekadam... Das ist Mama... ...ein Mama ist einfach... Wenn... Von wo? Unten. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ja, genau. Ich will nicht mehr. Oder was auch immer. Weil mir hat er vielleicht nicht geladen. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Wem? Von unten. Montana Black. Du bist ein kleiner Bastard. Scheiß drauf. Wenn ich Bock habe, kaufe ich deine ganze Familie ab. Familie ab. Ben! 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 Der hat sich gefickt, Digga! Shit! Reko, Mann! Da ist drauf, wenn ich Bock habe, kaufe ich deine ganze Familie ab. Oh! Und da Black. Hast du dich? Mit einer Scha, Digga. Wie so eine Schaß mit einer Schaß. Ja. Ja. Echt ein bisschen zu wenig Sounds habe ich geladen. Jetzt konnte er nichts mehr sagen. Ja, er hat auch nichts mehr. Nein, aber... Mein Speicher reicht leider nicht. Mein Speicher reicht leider nicht. Ich habe so viel von deiner Mutter aufgefüllt. Hä? 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 wäre das noch Geschenk? Wie falsch bist du da? Hä? 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 Schul-PC-Rund, sonst... Äh... Aus seinem Laptop. Laptop. Mutter, du darfst nur sein. Check, check, hol dir das. Einfach das gar nicht schwer. Und dann das Sock aus, dass ich mein Headset zurückkriege. Halt die Schnauze, Digga. Juckt niemanden. Hä? Digga. Juckt mich nicht. Halt die Schnauze, Digga. Juckt mich nicht. Jaja, du juckt mich auch nicht. Bro, er soll halt irgendeinen Namen mehr aussprechen. Naja, ähm, MontanaBlack, sprich mal los-bauteaus. Hallo, wie geht's dir? Naja, Soundboard. Soundboard. Noch mehr Soundboard kann man auch nicht machen. Du, ein shit wie du geh. Sprich mal den Namen aus, komm. Hello, Digga. Sprich doch mal den Damen aus. Hallo, Digga. Sprich doch mal den Namen aus. Ja, sprich doch. Sprich doch. Hä, Digga. Hä? Hä? Digga, kurz mal Soundboard-Changer. Ja. Ich glaub, ihr. Was mach ich? Digga, er heißt nicht Mr. Finger pro Mexico. Vor allem, guck mal, wenn man auf ihn drauf geht, die auf Xbox spontaner Black. Das heißt, er sich auf Xbox spontaner Black genannt. Oh, stimmt. Wenn man auf ihn drauf geht. Geh auf ihn rauf, ey. Geh auf ihn rauf, ey. Geh auf ihn rauf, ey. Geh aktiv, du passiv. Ey, aber es ist... Bei mir spielt spontaner, spontaner Black. Ich bin der echte Monty. Ich hatte Stimmverzerrer drin. Ah, okay. Stimmverzerrer drin. Stimmverzerrer drin. Stimmverzerrer drin. Wer? Die Freunde. Wer? Monty. Hat gefragt. Monty. Wenn, wenn du cool bist, ähm, 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 sagst du jetzt... Und der Mama. Ja, genau. Ja, genau. Ah, okay. Ja, ist nicht cool. Digga, beste Runde ever. Naja. Naja. All... Digga, ich krieg heute keine Hacker in meiner Lobby. Das ist scheiße, aber... Komm, sag doch was, Monty. Oder du hast keine Eierflattern. Er tut Abeladen, sagst du. Dann guck ich direkt nach, äh, morgen auf YouTube, ob wir in YouTube jetzt berühmt werden. Spüler auf PC, oder? Dann auf PC, ja... Spüler PS4. Und wie heißt dann auf PS4? Ich bin aktiv, du passiv. Ich hab zuerst gedacht, es war wirklich nur danach, wo ich Digga-Sontrad-Kett ins... Äh, Antwort an die Stahl, oder? Wo ich die Stimme gehört hab... Aber ich bin aktiv und depressiv. Digga, so eine schöne Runde, Bruder. Und dann schmiert mein verfickter Nuttensohn-PC ab. Ach, was auch immer, Digga, Mann, ey. Egal, Bruder, der Easy Upload ist trotzdem da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.